So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac, We Pentons, letztes Mal haben wir Mother mit Azazel einmal gelegt und dabei Dinge freigeschaltet. Unter anderem zwei neue Challenges und ich habe noch gar nicht geschaut. Ich meine, da war auch ein neuer Charakter dabei. Aber ich bin... Ja! Der letzte neue Charakter. Jakob and is so. Okay, also irgendwie sind es zwei. Drei plus eins und eins plus drei. Das ist ja sehr merkwürdig. Okay, ähm... Jetzt bin ich doch ein bisschen am überlegen. Challenge. Oder Charakter. Ich würde sagen, wir machen mal wieder so, wie ich es mit Bethany gemacht habe, um den Charakter kennen zu lernen. Einen Guido an. Der geht ja meistens recht fix. Entweder es läuft oder es läuft nicht. Aber ich denke, so lernt man die Charaktere am schnellsten kennen. Jakob and is... Jo, es sind halt wirklich zwei. Hat man dann noch zwei Hitboxen oder was? Was? So. Oh mein... Okay. Oh nein. Oh Gott. Okay. Hm. 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 Ah ja. Also man kann wirklich die so... Das ist ja... Das ist ja böse gruselig, wenn ich das so mache. Oh mein Gott. Okay. Können wir bitte schön zusammenbleiben? Oh mein Gott. Das ist ja richtig gruselig. Wait... Erklärung. Hier, hier, Erklärung. W-A-S-D ganz normales bewegen. Attack auch ganz normales. Also die sind komplett gleich. Ich kann auch nicht eine nach links und eine nach rechts feuern lassen oder so. Naja, okay. So ein bisschen besser. Bombe, eh. Kann ich jetzt nicht testen. Aber scheinbar ganz normal. Spacebar setzt bei dem einen das Item ein. Q bei dem anderen. Nee, das ist auch ganz normal. Und Hold. Aber Hold ist neu. Dann bleibt der stehen. Ja, okay. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht STRG und W drücken gleichzeitig. Ist das jetzt, weil ich irgendwie eine sperrende Tastatur habe? Oder kann ich einfach nicht... Oh, das ist ja... Das ist ja richtig gruselig. Ach du Schandalki, können wir... Oh, das ist ja richtig gruselig. Oh mein Gott. Sobald ich irgendwo gegenrenne, trenne... Das wird ja, wenn ich gegen... Oh nee. Okay, wenn ich durch die Tür gehe, wird wieder alles normal. Oh mein Gott, ist das gruselig. Okay, ich komme an nichts dran im Moment. Und es gibt dann entweder Pandoras Box oder die Seife da. Okay. Und er macht wahrscheinlich mehr Schaden, der... Der Rote. Macht ja auch rote Tränen. Oh mein Gott, ist das gut. Oh Gott, ich will nicht normale Ones mit denen... Oh mein Gott. Aber ich meine, dafür schießt man doppelt. Also keine Ahnung. Hä, 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 hä. Ah, du Schande. Also so ist ja gut. Weil so hat man... So habe ich im Prinzip jetzt... Ne? So passt es ja. Ah, welcher müsste der denn getroffen wird eigentlich? Werden beide... Also haben beide jetzt eine Hitbox? Oder ist einer save? Werde ich eh rausfinden. Von daher brauchen wir es jetzt nicht testen. Null. Weil steuern kann ich ja nur den... Äh, nicht roten. Den... Oh mein Gott, den Hautfarb. Hä, ich habe kein Herz für... Ich habe kein Herz für... Was? Wo ist... Wo ist welches... Jetzt habe ich ein Herz für... Okay, der Rote... Der Rote ist... Ist unverwundbar, oder was? Hätte ich das gerade white? Der Rote ist unverwundbar. Wisst ihr, wie wir das gleich mal testen? Hm. Für die Wissenschaft. What? Ich sehe die Herzen von dem nicht. Oder wo waren die jetzt? Was habe ich getan? Ähm... Okay, die... Aber wieso haben die Herzen nicht zwei verschiebt? Wo sind die Herzen von dem Roten? Unten! Unten! Oh mein... Oh mein Gott! Unten! 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 Sind auch noch mal Herzen! Das sind... Der Rote ist der, der schneller down geht! Also ist es genau das Gegenteil der Fall! Schade! Ich habe mich schon gefreut und dachte so... Okay, dem Roten... Lol, ich kriege einfach das gleiche Item noch mal! Alles klar! Ist in Ordnung! Spiel! Oh mein Gott! Oh lol! Aber diesmal können wir direkt mit einem anderen... Oh! Diesmal können wir direkt ganz anders starten hier! So ein Ding ist das! So ein Ding ist das! Jetzt mal können wir noch mit einem zweiten Item starten! Ja! Friendly Fly! Alles klar! Aber es reagiert dann auch... Gilt dann auch nur für den... Hautfarben! So blöd Hautfarben zu sagen, ne? Weil eine Haut hat der andere ja irgendwie auch! Ist halt rot! Ey, aber das war es ja gerade komplett, wo ich mich gesprengt habe! Ich habe nicht die Herzen da unten gesehen! Also wir haben oben rechts... Oben links Herzen! Und unten rechts haben wir Herzen! Oh mein Gott! Aber dass ich STRG und W nach oben nicht drücken kann... Also liegt das jetzt an meiner Tastatur oder darf man das nicht? Darf man nicht hochlaufen, wenn der... Darf man nur runterlaufen? Also ich kann nicht hochlaufen, ne? Ich kann nicht nach oben steuern! Das ist aber die einzige Taste, die nicht geht! Geht nur STRG und W bei mir nicht! Das ist... Es beunruhigt mich ein wenig, ob das so gedacht ist! Yo! Das ist... Ja, ne, ist in Ordnung! Jetzt ist nämlich dem sein halbes blaues Herz weg! Jetzt ist dem sein halbes... Blaues Herz weg! Ja, jetzt ist dem sein ganzes blaues Herz weg! Deswegen dachte ich von der ist unverwundbar, weil ich halt nur die roten Herzen oben gesehen habe! Ja, scheißen! Da muss ich mehr auf den roten achten, als auf den anderen! Um Himmels Willen! Ich meine, ich sollte es hier Jakob und Iso nennen! Das wäre vielleicht leichter! Das wäre vielleicht viel leichter! Also wenn der ist so... Der wird Esau geschrieben... Sehe ich den Namen nochmal irgendwo? Na, scheiße! Dann werde ich das jetzt die ganze Zeit falsch aussprechen und dann wieder geflamed in den Kommentaren, weil ich alles falsch aussprechen! Stabil! Aber ich meine, hier wurde Esau geschrieben und dann würde ich ihn so Esau aussprechen! Keine Ahnung, irgendwie wird er wirklich so... Ist doch bestimmt wieder... Ich finde gerade nicht die... Es ist doch bestimmt wieder irgendein Bezug zur Bibel! Hier sind doch so viele Bezüge zur Bibel und so weiter! Jakob ist klar, aber Esau sagt mir spontan nix! Welche? Welche biblische Geschichte wird denn da verarbeitet? Man weiß es nicht! Also man weiß es vielleicht schon, nur ich weiß es wieder nicht! So, jetzt erstmal Range up! Oder WeRowill? Nein, bevor wir Müll bekommen, nehmen wir einen Range up mit! Ich meine, es ist auch ein... Okay! Halo! Halo it in! Kriegen dann beide einen HP ab? Ich hoffe, ja! Ich hoffe, es kriegen beide einen HP... Oder muss ich... Ich habe jetzt nicht hingeguckt, ob beide jetzt Dings bekommen haben! Jo, aber Esau hat einfach mal minus 1 Luck! Was ist das denn? Ei, 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 ei... So, wir brauchen Münzen für Halo! Dass wir dann Halo zu Halo sagen können! Das wäre schön! Okay, aber die Angel Deals... Und, 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 also die Deals, die teilen sie sich. Das ist der gleiche. Nur alle anderen Stats sind sozusagen aufgeteilt. Ach Gott, ach Gott. Das ist doch nicht mehr normal hier. So, tschüss Kollege. Gleich kommt eh der Zweite. Oh, genau, genau, gut getimed. Genau, gut getimed, okay. Ne, an sich kann man, oh Gott, jetzt haben sie sich aufgeteilt. Hilfe, ich wollte gerade sagen, an sich kann man mit denen kämpfen, solange sie nicht irgendwo an einem Stein hängen bleiben. Oh, das ist dann natürlich bei einer Stage, wo ganz viele so Pupshaufen rumliegen, so wie hier jetzt, kann ich da ganz schnell plötzlich auseinandergezogen werden. Aber wir haben jetzt genug Kohle für Halo. Das ist schon mal sehr gut. Dann werden wir auch gleich sehen, ob die beide das HP abbekommen. Alter, das wird ja gruselig, mit denen normal zu kämpfen. Oh, gut, dass wir... Deswegen mache ich immer erst einen Greed-Mode mit denen. Weil man da doch am ehesten den Charakter so ein bisschen kennenlernen kann. Ohne, dass man gleich riesige, riesige Challenges vor sich hat. So, Halo. Thanks. Oh, noch ein... Es kriegt der untere nix! Mutter, muss der das dann einsammeln? Oh, scheiße, ich wette, man muss das aufteilen. Es hat jetzt nur der obere sein HP abbekommen. Der untere hat nix bekommen. Ich wette, man muss die Kacke auftauchen. Oh mein Gott. Oder aber der untere kann gar nicht... Das wäre auch übel, wenn der untere überhaupt nichts bekommen kann. Also ich werde nächstes Mal probieren, mit dem unteren was einzusammeln. Mit dem unteren... Nein, mit dem mit dem roten. Oh, scheiße. Das ist jetzt gerade nicht gut, dass der andere vorne ist, weil wenn der einmal getroffen wird, sind wir down, ne? Also von der großen Bullet. Das ist jetzt gerade alles nicht so günstig. Hm. Ja, okay, der darf getroffen werden. Das ist okay. Gott, ich muss da böse aufpassen. Aber ich wette, man muss die unterschiedlich... Also man muss die beide sozusagen füttern, mit Zeug. Oh, meine Nerven. So, jetzt gäbe es hier den Teufelsdeal. Wenn ich den jetzt nicht nehme, gibt es beim nächsten Mal sicher den Engeldeal. Habe ich richtig verstanden, ne? Dann nehme ich den jetzt nämlich nicht. Edgy, badgy. So, jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn jetzt der, das blaue Herz, Alter, der kann es nicht einsammeln, weil er ist voll. Er kann es einsammeln. Aber dann ist es sicherlich bei den HPs, also bei den Items genauso, dass die Items nur theoretisch für einen... Oh, mein Gott. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht mit dem Engeldeal und es läuft hier nicht andersrum. Wir werden sehen. So, nächste Ebene. Oh je. Okay. Also jetzt müsste ich hier sozusagen... Dann ein Engeldeal auf... Also wenn jetzt hier kein Engeldeal auftaucht nachher, wenn ich hier das alles gemacht habe, habe ich es halt falsch verstanden. Dann mache ich es aber auch nur dieses eine Mal falsch und danach nie wieder. So. Das ist jetzt auch so eine Spritze, die Stats gibt. Jetzt sammle ich die mal mit... mit Items hier ein. Und jetzt gucken wir mal auf die Stats. Ob das jetzt bei beiden hochgeht oder nur bei ihm. Äh... Irgendwie... Da habe ich es nicht so richtig gesehen. Okay, wir brauchen Bomben. Wahrscheinlich zwei... Oder reicht eine. Dadurch, dass hier halt so ein blöder Stein ist, so ein... Na, so ein Stein, da wird wahrscheinlich eine nicht reichen. Wisst. Ansonsten itemtechnisch wäre das hier ganz interessant. Aber jetzt muss ich erst mal wieder überstehen, ohne ihn drauf gehen zu lassen. Wer... Wer nimmt eigentlich Schaden, wenn ich durch den Stachelraum gehe? Wenn ich so... Nimmt dann nur der eine Schaden und der andere nicht? Müssen wir kurz testen. Don't blame me. Okay, jetzt nimmt nur der eine Schaden, der durchgeht. Und jetzt hat der das Sun. Und wie setze ich jetzt... Ah, nee, wollte ich nicht. Und wie setze ich... Äh... Gebe ich mit dem wieder raus? Achso, jetzt ist das dann... Hä? Jetzt ist das dann da unten. Gerade war sie noch da oben. Ach, weil jetzt der andere eingesammelt hat? Okay, aber ich meine, auf Q setze ich ja eh wahrscheinlich beide ein. Achso, aber dann ist die Frage, für wen es gilt, wegen den Herzen, die aufgeladen werden, ne? Oh mein Gott, also muss sich der andere eins... Ach, du Scheiße. Ja, jetzt ist sie da oben wieder. Oh Gott, was ist das denn? Jo, dann muss ich ganz dringend den anderen mit HPs füllen. Wenn ich's noch kann. Ach, du Schande. Nee, 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 ja gut. So, wenn der getroffen wird, ist es... Es ist nicht ganz so dramatisch, weil der andere ist, wie gesagt, nach wie vor, da hat nur noch eine... Ah! Okay, langsam wird's kritisch. Okay, wir müssen wechseln. Der andere muss vor. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der andere hat halt echt... Uuuuuh. Jo, nee, 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 nee. Hm. Nee, die sind schwer, das ist viel zu weit auseinander. So. Okay, jetzt sind wir noch... Nein, es war der andere, es war der andere. Scheiße, es war der Falsche, der getroffen wurde. Die, das, das war's, das. Ich komm, hier komm ich nicht raus. Hier komm ich nicht... Ja, nice. Okay. Also, jetzt habe ich eine neue Strategie. Wir müssen den anderen erst füttern. Der andere hat ja schon drei Herzen. Ja, komm, nimm, nimm du die komische Pille. Take this. Und er hat ein HP abbekommen dabei. Er hat ein HP... Okay, jetzt kriegst du das Herz. Jetzt hat er schon drei Herzen. Yo, okay. Also muss man wirklich... Ach, du Scheiße. Also muss man wirklich auf beide... Ach, du Scheiße. Das ist ja... Mal so gar nicht mein Gebiet. Okay, äh... Oh, wie ist denn das jetzt, wenn ich da kurz so ein bisschen... Ich kann die ja nicht gleich... Stimmt, man kann ja mit denen zum Beispiel nicht... Iiiiih, wie geht man denn durch so einen Stachelweg dann durch, der so eins breit ist? Ich kann ja nicht zwischendurch... Okay, da müsste ich den stehen lassen und mit dem anderen laufen. Aber dafür müsste ich wirklich W drücken können. Und ich kann W nicht drücken, wenn ich Steuerung drücke. So geht einfach nicht. Aber es wird ja sogar als Steuerung und W angezeigt. Blockiert meine Tastatur das einfach? Oder was ist da los? Ganz merkwürdige Geschichte. So, jetzt gehen wir jetzt mit dem Itemraum. Okay, den kriegen jetzt aber ja theoretisch, theoretisch beide. Weil obwohl der jetzt rumfliegt, ist ja egal. Der schießt halt einfach zusätzlich. Den hatten wir jetzt halt einfach. Ich meine, gut, er ist genauer ist als bei meinem wahrscheinlich, weil ich den... Also bei meinem... Bei dem Hautfarben... Ach, oh Gott, ist das alles kompliziert. Alter, das... Der neue... Oh mein Gott. Ich meine, jetzt haben wir zumindest jeweils drei Herzen. Das ist schon mal deutlich besser als vorhin. Und es ist vor allem ein Herz, was wir aufladen können. Vor... Jo, aber normale Ones mit dem werden ja... Wären ja Wahnsinn. Wären ja absoluter Wahnsinn. Ach, du grüne Neune. Ich sage mal, mit dem. Das sind ja eigentlich zwei Charaktere. Also, ran's mit denen. Haha. Da wurde ich wieder getroffen. Alter. Nein, jetzt bin ich hier hängen. Oh, nee. Ich meine, dafür hat man Doppelschüsse, ne? Das muss man mal so sehen. Also, du hast ja... Du hast ja jetzt Doppelschuss. Was ja eigentlich... Also, das ist ja eigentlich voll gut. So, aber... Die Kosten dafür sind halt insane. Jo, also ich habe noch ein halbes blaues Herz bei ihm. Beim... Beim... Ich nenne ihn jetzt Iso und der andere ist Jakob, ne? So, beim Iso habe ich noch ein halbes blaues Herz. Und Jakob ist ein bisschen am Leiden. So, jetzt holt sich... Wer holt sich denn jetzt die Schraube? Jakob holt sich die Schraube. Ja, das ging jetzt auch wirklich nur bei Jakob hoch. Okay, jetzt habe ich ihn richtig. Okay, HP ab. Da ist ein HP ab. Würde ich fast... Ich meine, jetzt haben sie eh beide drei. Ich muss das so ein bisschen ausgeglichen halt machen dann. Alter. Also, im Moment muss ich mehr auf Jakob achten. Weil der hat nur noch eine halbe Herzen. Ach so, so ein Ding ist das. Oi, 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 oi. Jo, das gibt... ...mhm... ...richtig interessante... ...möglichkeiten. So, der eine hat ein Laser, der andere hat das Messer... ...und lauter so Blödsinn. Oh Gott. Okay, du schießt bitte nicht in mich rein, Kollege. Jetzt schießt er schon wieder los. Oh boy. Jetzt schießt er gleich wieder los. Okay, okay, ja, was anderes macht er nicht, ne? Gut, chillig. Okay, macht doch was anderes. Jupp, und da schießt er wieder seine komischen Schüsse... ...von denen ich eigentlich problemlos ausweichen sollte... ...was aber nie hinkriege, weil ich, keine Ahnung, doof bin. So, tschüss, Kollege. War nett mit dir. So, wie viel Münzen haben wir? Neun. Das reicht nicht mal für das HP ab. Na gut, dann nehmen wir einen Schlüssel mit. Wer den Schlüssel mitnimmt, ist egal. Nehmen wir gleich zwei mit. So. Und laden ihm noch hier ein Herz auf. Dass wir hier gegen Satan... ...den Satan-Deal gleich machen können. Ah, jetzt habe ich die Theorie natürlich nicht verfolgt. Oh, Scheiße. Ob das wirklich so ist, dass... ...dann der Engel die... Oh mein Gott, die haben sich wieder getrennt. Ich muss echt auf die Steine achten. Alter, das wird in den normalen Räumen... ...wird das so insane. Das wird mir so Probleme bere... Ach, du Scheiße. Ah, du Schande. Hilfe. Hilfe. Können wir bitte nicht... Können wir... Oh mein Gott. Kann sich der eine jetzt mal bitte verabschieden... ...oder teilen die sich eine Lebensleistung? Das gibt's doch nicht. Der müsste doch jetzt langsam mal drauf gehen. Okay, sehr schön. So, einer noch. Junge, 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 Junge. Mein von mir aus kann er gleich den Angel-Deal, aber das macht er nicht, weil es ist 100% Satan-Deal angezeigt. Na, das ist das Ding. So. Aber wie gesagt, ich geh nicht rein. Ich will ja beim nächsten Mal den Angel-Deal haben. Ich hoffe, die Theorie funktioniert so. Wenn nicht, dumm. Wenn nicht, hab ich halt komplett verloren. Mal wieder. So. Wir gucken. Wir werden sehen, was passiert. Zack, Abflug. Erstmal Tür. Ach, cool. Ja, ist ja dann auch wurscht, wer es nimmt, ne? Okay, jetzt hat er das. Aber wenn ich jetzt Baseball drücke... Ach so, dann wird nur er zum... Dann wird nur er zum Game-Kit und der andere nicht, oder was? Kann ich das wechseln? Ne, aber ich kann halt nach wie vor nicht hochladen. Das muss ich echt mal bei meiner Tastatur-Einstellung mal gucken, ob das irgendeine Sperre ist, die da drin ist. Das ist ganz merkwürdig. So, jetzt kriegt der andere das Item. Okay. Er hat Stats abbekommen und der andere hat das Game-Kit bekommen und ist damit sicher, aber der andere wiederum nimmt. Oh mein Gott, und ich kann den anderen nicht steuern. Ich kann nur ihn steuern. Der andere bleibt ja einfach stehen. Also ich kann ihn jetzt nicht verstecken und den anderen... Ich hätte dich andersrum machen müssen. Aber ich wusste ja gar nicht, was es ist. Wie soll ich so was anders machen, wenn ich nicht weiß, was ich bekomme? Lul. Okay, das... Nein, das muss jetzt eher einsammeln. So nämlich. Jetzt sehe ich hier überhaupt nicht die Items. Das ist ja wieder richtig stabil. Dann werden wir auch gar nichts großartig kaufen, sondern einfach durchgehen. Also, wir werden draufgehen. Das ist die andere Geschichte. Jix! Hat mich das gerade in die Luft... Ne, das hat mich gar nicht getroffen. Das hat mich... Oh, die hat mich zum Glück nicht getroffen. Die ist zwar relativ in meiner Nähe explodiert, aber scheinbar hat sie mich nicht getroffen. Ach, du grüne Neune. Ist das alles ein kranker Müll? Yo, ja, spawnt in mir. Ich meine, ich hätte da nicht oben sein dürfen. Ich sag ja schon gar nichts mehr. Aber Hilfe. Okay, jetzt wird mich was brennendes interessiert. Ich muss das... Oh, das muss ich in einem der nächsten Itemräume testen. Also, hier, jetzt geht's nicht. In einem der Haupt-Itemräume. Wir haben es doch mittlerweile so, dass wir zwei Items nebeneinander in meinem Itemraum haben. Wenn ich die exakt gleichzeitig einsammle, das müsste es sicher bewerkstelligen lassen, kann ich dann beide mir snacken. Na, wir haben doch meistens so diese Wahl. Du kriegst ein Fragezeichen-Item. Oder du hast halt ein Item, was du siehst. Das würde mich jetzt brennend interessieren. Wenn ich beide... Also, wenn ich exakt gleichzeitig auf die drauf laufe, kann ich mir dann beides snacken. Oder wird eins davon priorisiert? Das wäre super interessant zu wissen. So, 17 Münzen. Ich kaufe hier nichts. Wir könnten allerdings gucken, ob wir hier was bekommen. Gib was gescheites. Okay. Herzen sind auch nicht verkehrt. Eine Bombe ist auch nicht verkehrt, weil wir dann da hinten den Quatsch aufsprengen können. Oder... Bist du denn blöd? Ich wollte da nicht reinlaufen. Ah, die legen beide dann eine Bombe. Ja, chillig. Ah, der ist jetzt einfach da rein. Yo, ich wollte die... Ich wollte es halt überhaupt nicht kaufen. So, das ist ziemlich sicher eine HP-Up. Ja, der andere drei hat, kriegt er das. Yo, hat funktioniert. Und er lädt jetzt noch hier sein Herz auf. Okay. Und so könnten wir jetzt den Boss mal probieren. Junge, 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 Junge. Schlüssel haben jetzt genug. Also jetzt brauche ich keine Schlüssel mehr kaufen. Lul. Ah, zwei von eurer Sorte. Okay. Meines Wegen. So lange ich die beide relativ gleich behalte, dürfte ja nicht der eine mir den anderen... mit dem anderen gefährlich werden. Ja, das geht doch ganz gut klar. So, okay. Und ihr drei jetzt noch, meinetwegen. Auch das sollte gut klar gehen. Und dann haben wir noch den Satan-Deal. Also Quatsch, Satan-Deal. Das ist dann hoffentlich der Angel-Deal, wenn ich es richtig mache. Also ich bin wirklich gespannt. Wenn jetzt nicht der Angel-Deal kommt, dann habe ich halt komplett versagt. Ach, geh doch heim! So, das war die Geschichte. Kann ich zwischendurch noch mal ein Herz kaufen? Zur Sicherheit. Ja, und das kaufen wir auch noch. Auch wenn es nur ein halbes ist. Ich meine, ansonsten liegt hier kein halbes rum, ne? Ne, ich hole mir lieber ein halbes, bevor ich gar... Ach, ich hätte Game-Kit einsetzen, siehste. Bin dumm. Siehste, ich... Oh mein Gott. Jetzt probieren wir das mal mit Game-Kit. Aber das Problem ist halt, dass der falsche Game-Kit hat. Weil ich kann ihn hier steuern und den anderen nicht. Aber jetzt probieren wir es mal. Hä? Mit Spacebug kann ich es nicht einsetzen? Dann doch mit Q. Oh, lol. Okay. Ja, das ist... Das ist komplett Blödsinn. Okay. Okay, das war komplett lost. Also geht mit Q... Moment, dann gibt es... Hä? Äh, aber wie setze ich denn dann... Äh? Wie setze ich denn dann Karten... Oder kann der dann keine Karten mehr tragen? Teilen die sich sozusagen... Das Spacebug und den Karten-Slot oder... Oh, wie... Das ist ja komplett verwirrend. Aber ich meine, ja, weil das ist da unten auf dem Q-Slot. Also drücke ich Q, um das einzusetzen. Und guck mal, jetzt ist nämlich der Angel-Deal 100%. Also meine Theorie war korrekt. Okay, sehr gut. Dann kriege ich so immer einen garantierten Angel-Deal. Weil Kerzen hierher geben sowieso nicht. Damit ist der Teufels-Deal, also der Devil-Deal für mich geplatzt. Ich weiß, da könnten Kisten drin sein. Rote Kisten mit blauen Herzen. Ist mir auch bewusst. Aber... Ihr wisst, wie es ist. Dann habe ich trotzdem wieder die Möglichkeit, dass hier wieder ein Teufels-Deal auftaucht. Und ich will, wie gesagt, Angel-Deals haben. So, ich hoffe, es kommt jetzt ein guter Angel-Deal. Yo! Ist das jetzt so, du hast die Wahl zwischen drei? Dann will ich jetzt nämlich hier genau meine Theorie testen. Ich setze die jetzt genau so, dass ich auf zwei Items zulaufe. Ich laufe doch jetzt exakt gleich auf die zu. Welches Item wird jetzt priorisiert? Warte, ich mache es noch ein bisschen genauer. So, vielleicht. Ich laufe exakt gleich zu. Also, er müsste eigentlich beide gleichzeitig auslösen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich wette nicht. Es geht! Ich wollte nicht schreien, aber es geht. Okay. Nice. Dann kann ich mir in jedem Itemraum zwei Items ab jetzt holen. Also hier nicht, weil es hier die nicht gibt, ne? Aber sonst, in dem normalen Spiel, wenn ich zwei so Itemräume habe, so... Yo! Das ist ja insane! Und im Normalfall sehe ich ja auch noch, was für Items es sind. Im Normalfall sehe ich ja auch noch, was für Items es sind. Und dann könnte man praktisch sagen, okay, das ist hier besser und das ist bei dem anderen besser. Nein, jetzt hat er beide blaue Herzen. Ich hätte es aufteilen... Ah, ich hätte es aufteilen müssen. Okay. Da war er ein bisschen gieriger. Der ist so. Ei, 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 ei. Ey, das ist eine Challenge. Ja, moin. Okay. Jetzt hat er die blauen Herzen gecheckt. Dann checkt er sich wieder hier das Damage ab. Das ist ganz gut so. Ja, das ist jetzt ja wieder ein Spacebar-Item. Wenn ich das jetzt hier oben... Ach, nee. Ah, das ist dieses, dass man Bomben legt, ne? Genau! Stimmt, das hatte ich in der... In der Dings-Deal-Challenge. Wir setzen jetzt dann beide eigentlich Bomben. Nein? Okay, nur der, der es hat. Das ist an sich eine coole Geschichte, weil man so unendlich viele Bomben hat. Das hatte ich auch im Dings, äh, im... Ihr weißt es schon. Im... In der Ultra-Hard-Challenge. Damit bin ich sogar recht gut gefahren, eine Zeit lang. Weil das macht nicht nur... Das macht auch den Gegnern Schaden, wenn die Dinger explodieren, ne? Diese... Dieser Modus, dass das hier so kurz stinkig ist. Das macht Schaden den Gegnern. Jetzt suche ich, wenn ich die schon habe, suche ich ganz fix mal hier Sachen. Nicht so. Ha! Genau das nämlich. Nice. Okay, jetzt kriegt aber er das Ding. So. Okay. Okay. Höh! Äh, nope. Blob, dass wir jetzt schon da drin gelandet sind, weil... Dann weiß ich jetzt aber schon... Ja, dann weiß ich jetzt eigentlich schon, dass der Satan-Deal nix für mich ist. Ich weiß nämlich nicht mal, was das Ding ist. Vielleicht gucke ich kurz nach, was das Ding ist. Vielleicht ist es ja was Cooles. Ich gucke kurz nach. Ich habe das Teil noch nie gesehen. Ist das ein neues Item? Oder ist das einfach eins, was ich noch nicht kenne? Äh... Es ist ein Afterbirth-Item. Plus zwei Black Hearts. Wenn Isaac has no Wet Hearts, this item gives Isaac the ability to fly. Every 40 seconds spent in the same room since last activating. When the timer displays 0, 20 oder 40 Sekunden, a shield triggers nullifying all types of damage for 10 seconds. Okay. Okay. Das heißt, der Typ würde fliegen, wenn ich... Also... Aber ich habe im Moment ja lauter Herz... Nee, das klingt nicht gut. Das klingt vor allem gut, dass es... Das würde halt nur funktionieren. Oha, Pillen. Oh Gott. So, wie setze ich die jetzt ein? Jetzt hat der Typ... Jetzt hat doch der Typ, die normalerweise setze ich doch Pillen mit Q ein. Aber Q geht jetzt nicht, weil Q ist das Spacebar-Item da unten. Also muss ich Space drücken, um die Pille da oben einzusetzen, wie sonst ein Spacebar-Item? Äh, es geht auch nicht. Muss ich erst Steuerung drücken und dann Q, um die Pille einzusetzen, oder was ist jetzt los? Wie setze ich Pillen ein? Okay, ich drücke mal jetzt Steuerung und Q. Ah, ja. Jetzt hat er Speed Up bekommen. Nee, Speed Up müssen ja beide bekommen. Die können ja nicht plötzlich... Ja, Speed Up müssen beide bekommen. Ja, wie setze ich die andere Pille jetzt ein? Ach, es ist Steuerung und Space, oder was? Also muss ich Steuerung und dann... Oh, das ist ja... Das kann ich ja nicht mal eben nebenher machen. Da muss ich ja verkrampfen, bis ich das eingesetzt habe. Also das kann ich nicht mal eben mitten im Kampf setzen. Da verdrücke ich mich. Alter. Das ist ja jetzt... Oh mein Gott. Also so wie Sie sich das vorstellen, von der vorgeschriebenen Tastatur her, ist es sehr unangenehm. Muss ich mal sagen. So, holt ihr das... Ne, wir machen erstmal das Feuer kaputt. Vielleicht kommt da schon ein Herz raus. Schade. Ich weiß, dass ich nur ein halbes eigentlich habe, aber ich... Gönne mir den, ist mir egal. I don't care. So, ähm... Das wäre dann, glaube ich, ein Tears Up. Das wäre auch eine ganz nette Geschichte. Für den Roll... Stimmt, ich mache ja Dinge mit meinem... Mit meinem Schuss. Habe ich gerade schon wieder vergessen. Ich mache ja Dinge mit meinem Schuss. Das habe ich gerade chillig verdrängt. Okay. Coole Münze. Holen wir uns gleich. Okay. Schade. Aber das bedeutet, sieben Münzen haben wir schon mal zum Start. Also die Büroklammer kriegen wir auf jeden Fall. Gut. Wobei, jetzt wäre ja auch Pandoras Box nice. Ich meine, wir sind ja schon in Devs. Und in Devs bedeutet Pandoras Box doch, dass... Vier Soul-Harts-Droppen. In Devs 22 Coins. In Wump zwei Boss-Items. Jo, wir kaufen uns am Ende Pandoras Box und setzen dann in Wump Pandoras Box ein und kriegen einfach zwei Boss-Items. Das klingt sehr vernünftig. Das klingt sehr... sehr vernünftig. Ei, 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 ei. Okay, so machen wir es. Ich hoffe, das funktioniert. Ähm, haben wir jetzt alles hier gesehen? Ja, dann los. Jo, jetzt wird das doch ein langer Part, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht in meine eigenen... äh, Kackebomben reinlaufe. Aber an sich ist das eine ganz coole Geschichte. So, jetzt könnte ich mal hier Dings einsetzen. Und dann mit ihm versuchen, die zu fressen. Ja, sehe ich das richtig? Oh shit, ich habe den Schalter gedrückt. Das wollte ich nicht. Na, das hat ja nicht so gut funktioniert. Lul. Jetzt habe ich weniger Münzen bekommen für die Runde. Das war jetzt... Ah, das war dumm. Ah, das war dumm. Das wollte ich nicht. Scheiße. Kriege ich weniger Münzen. Ich wollte ihn ja nicht mal drücken. Aber den nicht einfach deaktivieren, den Schalter. Im Sinne von, man kann den nicht drücken. Ach, ist das blöd. Ja, komm, geh heim. Doch, mach dich weg. Nein, die machen ganz einen Herzschaden. Macht euch weg vorher, bitte. Ich könnte schon wieder Game-Ging-Dings einsetzen. Ich setze es auch ein, aber ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig damit. Ich sehe es einfach nur als kurze Unverwundbarkeit für den Kollegen. Und dann kann ich es ja einsetzen. Junge, 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 Junge. So, ähm... Ach so, jetzt kaufe ich die Büroklammer doch nicht, weil ich ja Pandoras Box nutzen will, ne? Dann checke ich mir jetzt erst Pandoras Box. Und setze es in der nächsten Ebene ein. Und wenn wir noch genug Münzen zusammenbekommen, hole ich mir noch Dings. Oh Gott, wo bin ich reingelaufen? Was ist passiert? Ach so. Oh, da ist ein Typ aufgesprengt worden. Ah, stimmt, ich muss die Dinger am Rand sprengen. Also ich kann die Dinger am Rand noch sprengen. Ich muss nicht, aber ich kann. Hier, ich muss mal wieder meine Kollegen zusammenbekommen. Hier, ähm, ähm... Jetzt kommt der schon dazu. Das ist nicht so gut jetzt. Okay, dafür hat er sich jetzt verabschiedet. Sehr schön. Ich muss nur aufpassen, wann ich plötzlich ne... Oh, boah! Gott, wann ich plötzlich ne Bombe lege. Jetzt hab ich ne Bombe gelegt. Genau, und dann ist der verwirrt und es macht ihm Schaden. Also das ist schon cool. Dieses Bomben-Item ist schon ne coole Geschichte. Das hab ich in der, in der Ultra-Hard-Challenge sehr lieben gelernt, muss ich sagen. Spoiler für die Ultra-Hard-Challenge, die jetzt als extra Part immer wieder kommt. Vielleicht ist sogar heute zufällig der Part mit den Bomben. Ich hab keine Ahnung, welcher von den Millionen Parts es ist, die ich aufgenommen hab. So, und das Gute ist, wir müssen gar nicht den Satan-Dings-Kampf machen, weil wir schon wissen, dass es Müll ist. Also können wir da gleich rausgehen. Aber wie gesagt, wir können uns jetzt noch die, die Dings hier holen. So, sehr schön. Schlüsselhammer für die nächste Ebene, weiter geht's. Okay. Ich hoffe, das funktioniert mit meinem Wump, so wie ich das mir vorstelle. Dass ich jetzt zwei Boss-Items bekomme. Wir werden sehen, was passiert. Ich setze es aber lieber in einem anderen Raum ein. Nicht hier in der Mitte, weil dann hab ich hier nachher Podeste, die rumfliegen, das will ich nicht. Ich setze es hier ein. Es hat funktioniert. Sehr schön. Und das ist jetzt eine Regeneration plus HP ab, ne? Ne, Quatsch, das ist nicht Regeneration, das ist einfach nur HP ab, glaube ich. Äh, wer kriegt noch ein HP ab? Ich würde sagen, er hier. Ah, Luck ab. Okay, das hätte andere eigentlich auch gebrauchen können. Naja, ist egal. Oh, das ist dieser komische Finger. Ja, gut, den kann ich auch einfach mitnehmen. Vorsicht, 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 weg da. Lass mal wieder Geheimraum suchen. Gefunden. Chillig. The Fool und Tour of Clubs, okay. Aber das ist das Problem, ne? Normalerweise setzt man ja Karten eigentlich gerne mit einem Kampf ein, um sie plötzlich schnell mal hoch zu heilen. Und das ist jetzt einfach, ja, praktisch passé. Ich mach mal kurz die Dinger hier weg. Die gehen wir nachher sonst nämlich tierisch auf den Keks. Ja, ich mach mal alles weg. Dann hab ich auch nichts, wo ich hängen bleiben kann. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Oh, hier ist, oh, da ist eine, ja, ich hab nichts, wo ich hängen bleiben kann. Hier ist einfach eine riesige Lücke. Wie ist das denn passiert? So. Damit haben wir alles weg. Guck mal noch hier oben rein. Okay. Ich hab Schlüssel gehört, die spawnen. Wo ich bestimmt mit einer Bombe lul. Oh, das Ding müssen wir uns holen. Das Ding müssen wir uns holen. Aber erst mal hier die Kollegen sprengen. Schade. So, das Viech ist kaputt. Wo ist der Schlüssel? Okay, hier kann ich jetzt einfach drüber laufen. Diesmal passiert hier nichts. Holen wir uns den Kram hier. Zack und zack. Und dann können wir einmal an die Truhe gehen. Nice, Truhe. Sehr schön. Oh, eine Münze noch, dann könnten wir uns schon das Cozy holen. Schöne Sache. Dann kämpfen wir jetzt einmal eine Runde in Wump. Oh, die Augen sind gekocht. Okay, gut, dass wir die kurz gestunt haben. Weil die hätten mich jetzt erstmal böse abgeschossen. Da ich nicht wusste, oh, okay, schnell die wegmachen hier. Gott, sehr schön. Na, solcher Gegner muss man sofort entfernen. Sonst kann das ganz böse enden. Aua. Das war nicht so gut. Jee! Ganz gefährliche Geschichte. Du brauchst gar nicht erst groß werden. Du brauchst auch gar nicht erst groß werden. Ah! Okay, schwarzes Herz hat sich verabschiedet. Jo, ne, 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 nicht, nicht, nicht. Oh Gott, viel zu viele, viel zu viele. Oh Gott, Hilfe. Ich muss die ganz schöne zusammen bekommen, sonst wenn ich die auseinander habe, dann ist es kacke. So. Sehr gut. Die Bombe ist gut, weil die Bombe erledigt die vielen kleinen auf einen Schlag. Okay. Schisch! So, wer bekommt jetzt die blauen Herzen? Es ist eigentlich egal. Ne, der da oben hat ja vier. Das heißt, er kriegt die. Ja, wie mache ich denn das jetzt, ohne in ein anderes Item reinzulaufen? Ich will nichts anderes kaufen. Ich will nur das kaufen und das soll er bekommen. Sehr schön. Hat funktioniert. Und er kriegt jetzt erst mal sein Herz aufgeladen. So. Und dann soll jetzt erst mal Happy sein. Okay, dann kriegt er den hier. Er kriegt den hier. Ach so, die spawnen jetzt einfach irgendwo. Kann ich die? Okay, kann ich so einsammeln. Und ich kann noch das HP plus Damage abkaufen. Dann kriegt er das auch noch. Nice Geschichte. Okay, sehr schön. Wow. Gut, dass es hier so jetzt so ein günstiges Ding ist. Fantastico. Fantastico. Das war ein guter, guter, gute Investition. Gute Investition auf beiden Seiten. Und ich kann jetzt Space Dings wieder einsetzen. Den Game Dings, Kollegen. Muss jetzt nur aufpassen. Ne, das ist... Ne, da komme ich nicht ran. Ne, da komme ich nicht ran. Das ist zu Whisky. Das Problem ist halt, dass ich mit dem anderen ja auch reinlaufen würde. Das wäre besser, wenn sozusagen der, den ich steuern kann, wenn der andere stehen bleibt, den ich steuern kann, wenn der dann äh, praktisch Dings machen kann, ne? Also, wisst ihr schon, was ich meine. Ich drücke mich zwar komplett bescheuert aus, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Cool. Aua, blöd. Blöd. Aber was ich gerade feststelle, ist, die machen nur einen Schaden. Machen die in Wump nicht normalerweise zwei Schaden? Also, machen die nicht in Wump normalerweise ein ganzes Herz Schaden und nicht nur ein halbes? Oder ist das hier einfach schon im Creed-Modus schon immer anders gewesen? Da bin ich mir gerade unschlüssig. Kann sein, dass es im Creed-Modus schon immer anders war. Vorsichtig! Aua! Blöd wird, wenn jetzt einer losläuft und der andere noch fliegt. Ja, jetzt geht's los. Ah, fuck! Ach, fuck! Ja, komm her, komm her. Sehr schön. Da ist er weg. Und jetzt läuft der andere auch noch eine Runde. Ja, komm, mach Sport. Scheiß Vieh. Aua! Ja, blöderweise, jetzt wird er viel Energie verloren. Aber was kann ich ganz nicht ändern. So. Oi, oi, oi. Machen wir noch einen Satan-Deal oder eher nicht? Ich bin skeptisch, aber ich würde ganz kurz hier sein Herz aufladen. Schlüssel haben wir genug. Ich würde sagen, wir probieren's. Wird schon schief gehen. Aua! Ah, das ist dumm. Man kann denen sie jetzt nicht vernünftig ausweichen, den Schüssen. Nyan! Nein, jetzt sind die getrennt. Oh nein, ich hab nur noch ein Herz da oben. Das war ein Fehler. Kann ich den abbrechen? Scheiße! Hilfe! Du's nicht! Du wirst es... Oh nein! Ja, fuck. Ja, es war super dumm. Es war super dumm, den Quatsch zu starten. Ah, okay. Das war super dumm, den Satan-Deal zu starten. Jetzt wissen wir, dass das schiefläuft. Okay, wir haben den neuen Charakter kennengelernt. Nächstes Mal die Isaac's Awakening Challenge. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Oh Gott, das wird ja gruselig. who ist es... ART AllerTER